So, darf ich von vorne beginnen? Ja. Gut, danke Herr Präsident. Der EuGH hat offensichtlich keine Freude mit Honig, wenn dieser Pollen von Gentechnik-Mais oder anderen transgenen Pflanzen enthält. Das ist gut so. Die Kommission unterläuft aber dieses Urteil, in dem sie vorschlägt, GVO-Pollen als natürlichen Bestandteil von Honig zu qualifizieren und damit nicht zu kennzeichnen. Aber ohne entsprechende Hinweise haben Konsumenten keine freie Wahl bei der Kaufentscheidung. Die Mehrheit der EU-Bürger steht GVO-kritisch gegenüber. Sie haben ein Recht darauf zu wissen, ob ein Honig gentechnisch veränderte Organismen enthält. Und unsere heimischen Imker, die hochwertigen Honig herstellen, haben ein Recht darauf, sich im Wettbewerb gegen GVO-Produkte zu schützen. Ohne Kennzeichnung ist das aber nicht möglich. Der Vorschlag begünstigt wieder einmal Gentechnik-Konzerne und Importeure und schadet heimischen Konsumenten und schadet auch letztlich den kleinstrukturierten Imkern. Besten Dank.